Hey Leute, willkommen zu einem Video auf dem Kanal. Heute mal mit meiner Stimme. Und ich hatte ja gesagt, ich möchte euch was unboxen. Ich habe mir halt gestern einige Dinge von Schleich gekauft. Und auch zwei Pferde und so ein Pferd. Ich fange einfach mit den zwei Pferden an. Also ich habe mir ein größeres Pferd und ein Polen gekauft. Und ich kenne mich leider nicht so gut mit Pferden aus, deswegen weiß ich nicht, welches Pferd das hier ist. Aber ich fange das erstmal an. So sieht es aus. Ich fände es übelst süß. Es ist so schön weiß und hat ein übelst süßes Gesicht. Ich bin ein großer Fan von diesem Pferd. Und es hat hier noch so ein Fleisch-Fähnchen-Ding, nenne ich einfach mal dran. Und das ist halt ein richtig süßes Polen. Ich stelle es jetzt einfach mal so hin. Dann habe ich hier schon gleich das größere Pferd. Das passt hier gar nicht so ganz drauf. Es sieht auch wieder sehr, sehr schön aus. Moment. Es ist hier auch so schön weiß und so. Weil ich mag das. Ich finde, es sieht immer so cool und edel aus, da so Pferden. Und es hat hier so schöne... Moment. Das musst du wohl kursieren, aber ja, okay. Naja, es geht so. Auf jeden Fall so kleine schöne Schleifchen. Und ja, es sieht auch sehr, sehr schön aus. Dann habe ich mir... Moment. Ich habe mir hier so ein Set gekauft, wo alles Mögliche drin ist. Ich habe das Ganze schon aufgebaut. Moment. Das Ganze ist hier leer, weil ich hatte es schon aufgebaut, weil gestern keine Zeit mehr hat zu filmen. Ich wollte es so ein bisschen schon aufbauen. Und ich werde es euch noch zeigen. Auf jeden Fall ist das nur die Verpackung, wo nichts drinnen ist. Hier sind halt so zwei Pferde dabei. So eine Reiterin nehmen. Das ist halt alles da drin. Und hier sind noch Sachen für andere Verwerbungen. Also hinten drauf. Also hier ist noch Verwerbung von anderen Schleifchen. Wir haben die da drauf gemacht. Und das Ganze ist von Forst Club. Genau, Leute. Ich gehe jetzt erstmal zu meinem kleinen, sag ich mal, Stahl rüber. Und den werde ich dann nochmal aufgebaut zeigen. So, okay. Das ist der gesamte Stahl. Das war alles dabei. Einmal dieses wunderschöne Mädchen. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Es gibt nicht viele Schleifchen, die mir gefallen, aber die finde ich tatsächlich sehr, sehr schön. Dann gibt es hier noch ein Fohlen. Auch sehr, sehr süß. Und noch ein größeres Pferdchen. Und ja, das ist dann hier der ganze Hof. Hier gab es noch so Sticker dabei. Und hier die Anleitung. Und genau, das ist dann der ganze Hof. Und genau. Ja, Leute. Das war es dann mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Bye. 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 Bye.